Hallo zusammen, dieses Video ist gewissermaßen das Letzte, was noch zwischen mir und der Skat Europameisterschaft steht. Am nächsten Montag geht es los und ich habe schon dieses Kribbeln im Bauch, das wird sicher ein super geiles Event. Erster Link hier in der Beschreibung, packe ich euch mal die Seite der ISPA rein, da findet ihr dann die Ergebnisse, wenn es losgegangen ist und könnt in den nächsten ein, zwei Wochen schauen, was die Kollegen und ich da so auf den Tisch bringen. Gleich wollen wir uns hier ein Rätsel anschauen, bevor ich dazu komme, noch einmal kurzer Hinweis. Heute ist der eine Tag im Jahr, in dem ihr Skat sogar im Fernsehen schauen könnt. 13.45 Uhr auf DMAX, das Skat Masters Finale 2019. Hartmut ist im Finale, der hier auch schon Rätsel zugesteuert hat. Walter Bächel ist im Finale, Bundesligaspieler, Topmann und der Dritte ist für mich so ein bisschen der große Unbekannte, den kenne ich noch nicht. Deswegen, nächster Hinweis auf Skat.de, auf dem YouTube-Kanal, könnt ihr seit heute Morgen auch das Finale in voller Länge schon bewundern. Allerdings habe ich Leuten gehört, dass das von unterschiedlichen Moderatoren begleitet wird. So gesehen macht es wahrscheinlich schon Sinn, auch ins Fernsehen nachher mal einmal reinzuschauen. Dann habt ihr also das komplette Bild und ich bin also wirklich gespannt. Jetzt aber auf die Schnelle noch zu einem Rätsel. Letztes Mal haben wir den Glanz beim Kneipenskat behandelt. Dann ist es doch wunderbar, dass jetzt die Grabenkämpfe drankommen. Ein Rätsel, was ich selber beigesteuert habe. Eine Partie, die ich übrigens selber auch gespielt habe. Und zwar beim En Deux, einer Skat-Variante für zwei Spieler. Da schaute ich in Vorhand in dieses Blatt. Beim En Deux reizt der Partner in Mittelhand gar nicht mit, sondern es spielen eben nur zwei. Und mein Gegner in Hinterhand hat dann 18 gesagt, das Spiel bekommen und jetzt reingetauft. Ich habe das Spiel letztlich mit der Herzdame eröffnet. Sicher ist Kreuz Ass auch eine Möglichkeit oder sogar unter dem Kreuz Ass, was immer man jetzt hier spekuliert, wie die Karte aussehen könnte. Jedenfalls, damit wir eine Chance haben, hoffe ich natürlich, dass mein Partner irgendwie zwei Buben hat. Und deswegen versuche ich hier erstmal ein kurzes Ass rauszulocken und meine Farbe hochzuspielen. So, das hat auch geklappt. Alleinspieler nimmt das Herz Ass raus und dann hat sich die Karte meines Gegners geöffnet. Beim En Deux ist das auch genau der Fall. Sowohl ich als auch mein Gegner können diese Karten dann sehen. Und der erkennt natürlich jetzt, dass das Karo ein Doppelläufer ist und zieht logischerweise erstmal hier die beiden Karo-Stiche ab 28 Augen. Herz hat da auch schon die Dame bekommen. Hier ein paar Bilder. Jetzt zieht er das Pik Ass und damit hat er natürlich schon vier volle Zuhause. Also auf der Haben-Seite für uns ist natürlich zu sehen, kein voller gedrückt und die beiden alten Buben bei meinem Partner. Jetzt müssen wir also mal schauen, ob wir das Spiel irgendwie zu greifen bekommen. Erstmal kommt hier der letzte Karo. Den zu stechen wäre sicher zu früh. Tatsächlich ist es an der Stelle jetzt schon nicht unwichtig, welche Lusche ihr abschmeißt, wie wir gleich sehen werden. Ich schmeiße hier also mal die Kreuz 7 ab und von meinem Partner kommt die Kreuz 8. Jetzt spielt der Spieler die Herz 9 und das verlockt natürlich, gerade wenn man da nicht so ein bisschen drüber nachdenkt, einfach rauszunehmen mit der 10 und dann weiterzuspielen. Wenn man da aber eben zu spät drüber nachdenkt, wird man feststellen, egal wie es dann weitergeht, der Alleinspieler wird in Hinterhand jetzt noch einen vollen stechen dürfen, denn Kreuz oder Herz, egal was ich spiele, er kommt an die Kreuz 10 oder die Pik 10 dann jedenfalls ran, gewinnt damit das Spiel ganz leicht. Und deswegen ist das hier der Moment, wo die Magie eben spielt. Hier zu erkennen, dass wir den Stich noch einmal verweigern müssen, dass wir mit der Herz 7 tauchen müssen. Insofern natürlich auch eine dieser Feinheiten. Das Spiel ist überhaupt nur zu schlagen, weil wir eben die Herz 7 haben und nicht der Alleinspieler. Sonst könnte er mich damit eben sicher einspielen. Also wir tauchen. Von unserem Partner gibt es natürlich auch noch einmal minimal die kleinste Karte, Pik Dame in dem Fall, 56. Und jetzt wird es natürlich darauf ankommen, was hat der Alleinspieler gedrückt. Wenn er den Pik König und den Kreuz König gedrückt hat, dann gewinnt er natürlich das Spiel. Hat er aber nicht, denn er konnte natürlich auch nicht wissen, wie das Spiel losgeht. Und wenn nun gerade Kreuz zum Beispiel auf den Tisch gekommen wäre, wäre er eben gut beraten, die Farbe freizudrücken. Also er hat die Farbe freigedrückt, eine logische Drückung, nur 4 Augen und verliert deswegen auf diesem Weg hier mit 60. Und damit ist das Rätsel und das Spiel gelöst. Erfreulicherweise kann ich sagen, ja, ich habe es auch am Tisch gesehen. Ich habe es erkannt. Das heißt, dieses Spiel wurde umgebogen und damit gab es dann eine teure Niederlage für meinen Gegner. So, das soll es gewesen sein. Ich selber werde mir jetzt mal das Guard Masters 2019 anschauen. Lege ich euch eben auch ans Herz, das zu tun und nachher im Fernsehen. Damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wie immer Gut Blatt. Das ist ein schönes Wochenende und wie immer Gut Blatt.